Und da die Chefin schon mal da ist, können wir auch gleich mit etwas anfangen, das mir sehr wichtig ist. Lexi Update, das Neueste vom Fusselhörchen. Ah, schön. Ja, ich hatte ein bisschen Zeit. Für sowas hast du Zeit. Naja, es hat drei Minuten gedauert. Und das war... Wie lange würde es dauern, das alte Glas wegzubringen? Eine Stunde. Warum, fragen Sie. Und was hat das mit dem Lexi Update zu tun? Du hast gesagt, du hättest Zeit. Und naja, egal. Ich weiß es auch nicht. Ja, so. Also Lexi Update, was ist los? Das setzt mich unter Druck, wenn du mich das so fragst. Soll ich das nochmal anmachen? Und dann... Joach, eine Menge Heil drauf. Ja, war Absicht. Du bist hier, um was über den Mund zu erzählen. Warum ist auch Hogi die Akustik so schlecht? Weil das eine Hallig ist. Es gab bestimmt drei Hörer oder Hörerinnen, die den noch nicht kannten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Na, Hallig. Verstehst du? Hallig. Ja. Ja, nee, geht gut los mit der Struktur in der Episode. Es passieren so viele Dinge mit dem Hund. Es ist... Im Wesentlichen läuft er von links nach rechts. Es geht buchstäblich über Tisch und Bänke. Flauschig, ohne Ende. Oh, sie ist so süß. Oh mein Gott, Jan, sie ist so niedlich. Ja, ich weiß. In unserem Leben passiert es uns auch nicht so viel, aber diese Woche war einfach eine Woche, wo ich dachte, oder die letzten neun Tage, wie viel kann mit einem Hund in einer Woche passieren? Denn... Wie viel konntest du deinen Mund abdecken vor dem Mikrofon? Boah, ey, das... Mann, ey, ärger mich nicht. Was ist los mit dem Hund? Was ist passiert? Etwas Schlimmes? Ja. Oh Gott. Nein, tatsächlich fing es damit an, dass wir letzte Woche einen Tierarzt-Einsatz hatten. Richtig. Ja, man muss dazu sagen, dass ich manchmal ein bisschen überängstlich mit diesem Hund bin, was bei dem anderen Hund irgendwie nicht so der Fall war, aber bei Lexi, ich weiß nicht, sie ist so klein und zierlich und sie ist ja auch vorerkrankt und ich mache mir immer so viel Sorgen. Das machst du echt. Ja, und letzten Samstag hatte sie irgendwie offensichtlich Schmerzen und wollte irgendwie nicht mehr gehen, dann sind wir in meinen Garten raus und dann hat sie sich hingelegt und mochte nicht mehr aufstehen und ich musste sie wieder reintragen und es war nicht schön. Nee, war das echt nicht. Ja, und dann habe ich meinem Tierarzt geschrieben. Deinem Tierarzt? Mein persönlichen Tierarzt, der immer für mich bereitsteht. Ich habe neulich meinen Hausarzt eingerufen. Du meinst, ich sollte sagen Lexis Tierarzt? Vielleicht. Aber bezahlt Lexi die Rechnung? Nein, ich. Also ich habe Johannes Tierarzt geschrieben. Was? Der als erstes mal sagte, wir müssen Fieber messen. Wir sollten mal Fieber messen. Das war aufregend. Oh Gott, oh Gott. Aber sie hat das gut mitgemacht. Sie hatte keinen Fieber. Ja, auf jeden Fall ist er dann nachmittags vorbeigekommen. Ich finde es gut, dass du den Hund lobst. Das war für uns auch aufregend. Du saßt nur daneben und hast ihren Kopf festgehalten. Und ich habe das Fieberthermometer vorbereitet. Du hast mir ein Fieberthermometer in die Hand gedrückt. Mit Creme drauf. Naja, bitte. Wir brauchen nicht mehr Details. Ja, nee, Fieber war es nicht, aber es war dann auch schon ziemlich deutlich. Auch als der Tierarzt dann kam, war sie schon ein bisschen munterer. Da dachte ich so, super vor für Effekt, gleich ist gar nichts mehr. Und ich komme mir wie blöde vor. Aber nein, er sagte auch, man sieht das. Sie hat ihren Kopf so ein bisschen schräg gehalten. Und so eine, ja, wie nennt man das? Schonhaltung. Ja, irgendwie so. Ein Schongang. Ein Schongang. Ja, so sagte er. Das war witzig, weil der Hund keine Waschmaschine ist. Ist er nicht, nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und wir machen immer alles schmutzig statt sauber. Ja, auf jeden Fall. Dann musste sie eine Menge Spritzen bekommen. Das war fies. Drei Stück, ne? Ja, drei. Ja, er sagte auf jeden Fall mal, er kannte jetzt auch nichts, hat sie abgetastet und konnte jetzt auch nichts feststellen. Oh, also undefinierter Schmerz. Und dann hat sie irgendwie das volle Programm an, weiß ich nicht, Antibiotikum, Schmerzmittel, was weiß ich nicht, was war denn das dritte eigentlich? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Antibiotikum, Schmerzmittel? Und noch ein bisschen Happy-Macher oder so. Da nehme ich nächstes Mal auch eine von. Soll ich dann auch deinen Kopf festhalten? Ja, es war nicht schön. Es war nicht schön. Aber am nächsten Tag ging es dem Hund schon besser. Alle super. Und dann am Abend, als ich wie immer dann mit ihr am Kuscheln war und sie sich so süß auf den Rücken, sie ist so süß, ne? Sie sich so auf den Rücken legte und die Pfoten hoch und dann, ich gucke ja immer so ein bisschen, wenn wir die Pfoten abtasten, mal in ihr Maul gucken, ob alles okay ist. Aber jedenfalls hatte sie doch tatsächlich so ein verklumptes, verklebtes irgendwas zwischen, also in ihrem einen, in ihrer einen Pfote zwischen den Ballen, stellte sich raus, am Sonntag hat der Hund sich ein Kaugummi eingetreten. Das haben wir in acht Jahren mit dem Hund vorher nie gehabt, dass da ein Kaugummi in der Pfote war. Ja. Und jeder, der schon mal Kaugummi in den Haaren hatte, weiß, wie blöd das ist. Ja, es ist richtig viel. Vor allem in seiner Pfote. Ihre Pfoten sind halt richtig klein und man, also auch, sind ja auch empfindlich. Und, oh, das ist schon nicht so schön. Also habe ich aber, sie hat relativ viel Fell noch zwischen den Pfoten, was ich immer versuche, ihr Stück für Stück rauszuschneiden. So ein bisschen zumindest, damit es halt, also den Hund stört das erstmal nicht, dass sie Pfoten, dass sie Pfoten im Fell hat, dass sie Fell in den Pfoten hat. Aber natürlich, wenn sie durch Matsch läuft und so weiter, ist es einfach für den Menschen nervig, wenn dann zu viel Dreck sich darin verfängt. Und auch für den Hund insofern, wenn der Schmutz da drin antrocknet und, ja. So wie ein Stein im Schuh. Ja. Im Prinzip. Genau. Oder halt, wenn Kaugummi drin hängt. Also habe ich erstmal das, soweit es ging, irgendwie abgeschnitten. So ganz vorsichtig, Millimeter für Millimeter. Das roch dann halt auch schön nach Minze. Das ist ja was Gutes. Das ist schon eklig. Ach so. Naja, das war halt, das hat mal jemand im Mund drin gehabt. Ach dieses. Ich dachte, okay, normalerweise riecht der Hund ja aus dem Mund meistens ein bisschen unangenehm. Äh, nein. Sag doch nicht, dass unser Hund aus dem Mund stinkt. Ja, wenn es doch so ist. Ach das stimmt doch gar nicht. Naja, nun, also es roch frisch nach Minze, sagen sie. Ja, es war auf jeden Fall nervig. Ich habe das dann rausgeschnitten und den Rest, du hast dann den Tipp gegeben. Kaugummi ist fettlöslich. Und deswegen? Also das kann man selber überprüfen, wenn man sich ein Kaugummi in den Mund tut und den kaut und schmeißt dann so zwei, drei Erdnüsse hinterher. Ruckzuck ist der Kaugummi weg aus dem Mund. Der löst sich auf. Und das gleiche funktioniert so auch. Das klingt jetzt eklig. Erdnüsse. Es ist super eklig. Es ist kein schönes Gefühl im Mund. Hast du das gemacht? Ja, als Kind habe ich das mal gemacht. Ah. Ja, war nicht schön. Ekelig. Ja, deswegen ist auch diese eine Folge von den Simpsons so witzig, wo Homer ein neues Produkt der Glatzkopf, der Dicke, der Vater von Bartz. Hört mir nicht Homer aus. In den ersten paar Folgen wird der Homer ausgesprochen, das ist aber eigentlich Quatsch. Ja. Jedenfalls entwickelt der ein neues Produkt, mit dem er reich werden will, Kaugummi und Erdnüsse in der Dose. Und deswegen ist es so witzig, dass er das macht. Unabhängig davon haben wir dann den Kaugummi. Wir. Haben wir, so wie wir auch die Rechnung bezahlen. Nein. Also einige von uns, ein Teil. Ja, also nachdem ich das, was wegzuschneiden ging, weggeschnitten hatte, habe ich dann mir so ein Öl genommen, irgendein Olivenöl, Sonnenblumenöl, was wir gerade da hatten. Das teure Sonnenblumenöl. Ja. Das, was jetzt Luxusgut ist. Ja, nützt ja nicht. Ja, nützt ja nicht. Und mit einem Tuch und Öl halt immer diesen Kaugummi-Rest bearbeitet und rausmassiert und wenn es ein bisschen vorkam, wieder abgeschnitten und es war echt nervig. Aber irgendwann war es geschafft. Na. So. Und als ob das noch nicht genug wäre für den nächsten Monat, dann Aufregung mit dem Hund. Dann kommt jetzt die große Nummer. Ich merke auch, dass du so eine Dramaturgie eingebaut hast in die ganze Geschichte. Es wird immer dramatischer, finde ich. Es war halt der zeitliche Ablauf. Nee, du fandst jetzt Kaugummi in der Pfote dramatischer als diese Spritzen. Nein, aber jetzt kommt ja das Highlight. Achso. Ja. Dieser kleine Hund, die tut ja immer so lieb und schüchtern und kann niemandem was zu leide tun und ist ja so brav und so. Ja, was soll ich sagen. Also bei unserem vierjährigen Hund, dem Wunderhund Molly, war das ja so, dass sie in der letzten Zeit, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ihres Lebens sehr oft nachts gebellt hat. Und weil ich normalerweise einen sehr tiefen Schlaf habe, bin ich immer wach geworden. Beim kleinsten Pieps. Der Hund hat gebellt, zack, ich war wach. Ja, ich habe ja teilweise sogar im Wohnzimmer geschlafen bei ihr, damit ich dann halt nachts mich um sie kümmern kann und habe teilweise ja geschlafen, obwohl sie neben mir gebellt hat. Ja, der Hund stand buchstäblich neben dem Bett und hat gebellt und Gesche hat geschlafen. Das war wirklich beeindruckend, auf eine Art. Und dann bin ich gerade so halb wach geworden und dann standst du auch schon da. In Hut und Mantel möchte ich hinzufügen und bin sofort mit ihr raus. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall bin ich, aber in dieser Nacht am Donnerstag war das irgendwie wach geworden, weil ich so ein Geräusch gehört habe. Und der lustige Witz ist, ich bin nicht wach geworden. Du bist nicht wach geworden, genau. Es war so ein Rumpeln und Pumpeln und keine Ahnung. Ich habe schon einen Moment gebraucht, um irgendwie da zu sein, so halbwegs wach. Und wirklich mein erster Gedanke war, der Hund hat Futter gesucht. Das war wirklich das Erste, was ich dachte. Ja, dann bin ich runtergegangen ins Wohnzimmer und fand vor, einen Hund, der mich total aufgeregt anguckte und neben dem Hund lag ein Regal rumgekippt. Also das kannst du das Regal beschreiben. Wir haben so ein kleines Metallregal. Das ist so ungefähr 50 mal 40 Zentimeter an der Grundfläche und ich würde sagen so ungefähr 1,70 Meter hoch. Hat vier Regalböden und besteht nun mal komplett aus Metall. Genau, das steht halt normalerweise neben dem Körbchen. Da sind die Hundesachen drin, aber auch dieser Lautsprecher. Einer von den WLAN-Boxen, genau. Der gar nicht so leicht ist vom Gewicht her. Auf jeden Fall war dieses Regal halt umgekippt und der Hund saß auch völlig aufgeregt, schwanzweh, wuselig daneben. Und ich war wirklich zwischen totalem Schock und nicht glauben können. Aber du hast kein Foto gemacht. Also es war eher Schock. Ich muss zugeben, ich habe eine Sekunde lang überlegt, aber mein Handy war oben. Das Bild war, es war ein, wie sagt man, ein Bild für die Götter. Gleich mehrere. Oh, das war jetzt Theodok. Das sagt man doch so. Ja, das sagt man auch so. Das ist richtig. Aber dass du das auch sagst, das ist witzig. Ja. Vom Beruf her. Ach so. Ich muss kurz trinken. Lass dir Zeit, ich habe heute nichts weiter vor. Doch, du wolltest noch kochen für uns. Ja, aber du hast ja betont, dass du noch keinen Hunger hast. Ja, so langsam, ich könnte so langsam. Oh, dann müssen wir uns beeilen. Aber lass dich nicht hetzen. Ich habe mir natürlich im ersten Moment auch total Sorgen gemacht und dann kam mir die Gedanken, was hätte alles passieren können. Vor allem mit dieser Box, also diesem Lautsprecher, der da drin war. Und dann natürlich so, Gott, sie hätte das auf den Kopf bekommen können. Sie hätte ja sonst was irgendwie. Und da musste ich aber auch wieder so lachen, weil es einfach so lustig war. Und dann konnte ich es aber auch nicht fassen, dass dieser kleine, süße, brave, harmlose Hund irgendwie dieses Regal zum Einsturz gebracht hat. Und wir wissen ja nicht, wie. Was stellst du dir vor, wie das abgelaufen ist? Naja, also erstmal müssen wir vielleicht überlegen, warum, also ich glaube, das ist nicht ganz deutlich genug geworden. Warum hatte sie denn überhaupt eine Motivation? Ja, weil ihre Leckerlis da drin sind. Ja, genau. Und zwar sind die in den obersten beiden Fächern des Regals. Ja, und es gibt auch so einen Stoffbeutel. Da waren die, wir haben ein tolles Hunde-Care-Paket bekommen von Dela. Vielen Dank. Ja, Dela. Und da war so ein Stoffbeutel auch bei. So ein, keine Ahnung. Ja, so ein Jutebeutel. Ist ja gar nicht. Man sagt immer Jutebeutel. Aber es ist ja kein Jute eigentlich. Sondern? Na ja, Baumwollstoff. Ach, verrückt. Man sagt immer noch, weißt du, Jute ist ein ganz anderes Material. Klingelt nichts. Also, nee, kann ich echt nicht. Nee, das klingelt auch nichts. Also, so ein Stoffbeutel zum Einkaufen. Ja, und da hatte ich die meisten Leckerlis herangetan und den an das Regal rangehängt. Und in welcher Höhe hing der? Naja, so obendran halt. Vielleicht, bis man drankommt, schon so 1,50 oder was. Keine Ahnung. Ja, und witzigerweise war dieser Beutel auch angenagt. Und die Packung mit den Hühnhälsen, die da drin war, das Plastik war auch angenagt und schon ziemlich zerfetzt. Also, die Packung ist halb auf. Da ist, also, kommt man auch rein, wenn man keinen Daumen hat. Knick, knack. Genau, also, was glaubst du denn, was passiert ist? Na, das ist halt das Ding. Also, alles, was sie interessiert an diesem Regal, hing echt weit oben. Also, hat sie ihr inneres Eichhörnchen gechannelt? Scheinbar. Und ist sie echt? Meinst du, die ist wirklich da hochgeklettert und hat sich daran gehangen? Das ist die Frage. Ist sie richtig hochgeklettert oder ist sie nur so lange daran hochgestiegen, bis das umgekippt ist? Das aufmerksame Publikum fragt sich jetzt, was ist denn mit eurer Überwachungskamera für den Hund? Ja, die haben wir zur Seite gestellt, weil das uns zu creepy war. Also, es gibt doch irgendeine Möglichkeit, eine Aufnahme mit Bewegungssensor sozusagen zu starten. Aber die funktioniert nur, wenn die Speicherkarte erkannt wird. Das tut sie gerade nicht. Und die Kamera ist so creepy. Und da, wo sie stand, wäre sie auch mit umgefallen. Ja, wir hätten die auch nicht nachts oder 24 Stunden durchlaufen lassen. Das ist das. Die haben wir ja angeschafft, um das alleine zu bleiben. Also, um zu gucken, wie sie alleine bleibt. Richtig. Aber ich wollte das nur adressieren, bevor Kommentare kommen. Ja, die Frage ist halt, mit diesem durchgenagten Beutel, wenn sie nicht daran hochgeklettert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an diesem Regal hing und eine Minute lang an diesem Beutel genagt hat. Gleichzeitig ist der Beutel ja aber in so einer Höhe, dass sie nicht sofort drankam. Also, ich glaube, dass sie versucht hat, daran hochzukommen und schon irgendwie auf dem zweiten Regalboden stand mit den Pfoten und dass das schon gereicht haben soll, das Regal umzuschmeißen, kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Es wird leider ein Mysterium bleiben. Aber vor allem, vielleicht habe ich ja auch länger, als ich dachte, in Wirklichkeit gebraucht, bis ich wirklich wach war und unten war. Aber wenn das Regal erst umgekippt ist und sie dann den Beutel genagt hat, da war ich ja schon auf dem Weg nach unten eigentlich. Dann müsste sie den sehr schnell zernagt haben. Vielleicht war sie sehr wütend. Hungrig. Sehr hungrig. Ja, das arme Tier. Sie hat ja tatsächlich ein bisschen zugenommen, seit sie hier ist. Und tatsächlich hatten wir ja ihre, ich sage zu oft tatsächlich, das nervt mich eigentlich sogar, weil dieses Wort tatsächlich im Moment sehr viel gebraucht wird von Menschen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Nie, wirklich, achte mal drauf. Jetzt mache ich dasselbe aber auch schon. In der Tat. In der Tat. Sie hat zugenommen, das war das Wort. Ja genau und wir haben da, wir haben wirklich ihre Rationen ein bisschen verkleinert gerade und vielleicht zu sehr, dass sie dann hungrig geworden ist. Ja, aber sie nascht ja auch einfach sehr gern. Ja. Sagt unser Hund, ne? Ja, ist so. Ganz genau. Es gibt also offensichtlich eine Parallele dazu, wie wir leben und wie der Hund uns vielleicht auch so ein bisschen nachabschaut. Nur weil wir fett sind, müssen wir nicht unseren Hund messen. Nein. Molly war auch nie übergewichtig. Na, als sie kam schon. Ja genau, Molly kam mit ein bisschen zu viel drauf, dann hat sie abgenommen und dann war das gut so und hat so gehalten. Und jetzt müssen wir natürlich immer darauf achten, weil Lexi wiegt ziemlich genau die Hälfte von dem, was Molly hatte. Und bei so einem kleinen Hund muss man natürlich anders auf Rationen achten. Ja und Molly hat auch, also die war zwar auch immer hungrig und immer mit allem irgendwie unterversorgt, so nach ihrer eigenen Aussage, aber die wäre halt ja auch nie auf so einen Quatsch gekommen. Also das muss man ja fairerweise auch mal sagen. Aber es ist schon faszinierend mit Lexi, also weil man traut ihr das immer erst nicht so zu, aber die, ja, wie soll ich sagen, ich war gestern bei einer Freundin zu Besuch und die hat so einen ungefähr kniehohen Gartenzaun. Der Zaun ist höher als der Hund und Lexi stand dann so, ist so dran hochgestiegen quasi mit den Vorderpfoten da drauf und ich sag noch so, ist ja gut zu wissen, die Höhe hält dich ja schon ab. Ich hätte es nie gedacht, dass die da drüber springt und dann ist sie tatsächlich über diesen Zaun, ich würde mal sagen, eine Mischung ausgesprungen und geklettert. Sie ist dann so halb rüber und mit ihren Hinterbeinen noch so ein bisschen dran hängen geblieben, aber ja. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang zu dieser Regalfrage. Ja. Dass sie da einfach noch gedacht hat, na gut, also ich bin jetzt fast hoch genug, aber wenn ich jetzt nochmal springe, dann schaffe ich es und dann ist sie mit dem Ding wahrscheinlich umgefallen. Vielleicht. Wir werden es nie rausfinden. Nee, aber sie ist ja auch, sie hat ja auch schon mal versucht, einen Pizzakarton vom Tisch zu ziehen. Also ich glaube, in diesem Hund, und man muss ja bedenken, Tierschutzhunde, mit Molly damals haben wir ja echt, das war eine andere Geschichte, die war halt so, okay, jetzt bin ich hier, alles cool. Die war eigentlich von Tag eins an so, okay, ich bin hier zu Hause, alles gut, lass mich alleine, ich bin entspannt, alles cool, so ne. Ja. Und Lexi ist ja jetzt erst gerade mal zwei Monate bei uns und das heißt, die kommt immer noch an und die taut immer noch auf und ich glaube, da steckt noch ein ganz schöner Frechdachs drin, der da Stück für Stück rauskommt. Ja. Super. Was wollen wir denn tun, um in Zukunft ähnliche Vorfälle zu verhindern? Im Augenblick liegen die ganzen Leckerlis ja einfach auf dem Esstisch, auch nicht ganz ungefährlich. Nee, im Augenblick mache ich, also sie schläft ja oben sowieso, entweder hier im Flur auf ihrer Matratze oder bei mir auf dem Sofa. Ich mache einfach im Moment unten die Wohnzimmertüren zu nachts, ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber. Nee, ich bin ja nachts im Bett. Aber dafür bist du ja vor mir dann morgens unten. Oh ja, das stimmt, stimmt, da ist unten immer alles zu. Wow. Ich dachte, das ist wegen der Fledermäuse, aber egal. Wegen der Fledermäuse. Grundsätzlich gibt es ja, wenn du mit Hunden zu tun hast, zwei mögliche, also zwei Dinge für Hundeverhalten, wie man damit umgeht. Das eine ist Training und das andere ist Management. Also wir haben jetzt erstmal beim Management angesetzt und quasi verhindert, dass sowas wieder passieren kann. Manchmal reicht auch Management. Ja. So ähnlich wie mit diesem vorher geschlossen am Kühlschrank neulich, das hat auch mit Management dann zu tun gehabt, ne? Habe ich gemerkt. Gut. Super, das hast du toll gemerkt, Jan. Du bist schlau. Hier, nimm einen Bonbon. Hey, ein Bonbon. Ich würde doch nie mit dir so umgehen wie mit dem Hund. Nee, nee, nee. Es war auf jeden Fall aufregend. Ja, das stimmt. Aber haben wir einen Plan, wie es, also bleibt das jetzt so, das Zeug liegt auf dem Tisch und die Türen sind zu? Naja, erstmal und dann kaufen wir uns eine Truhe. Eine was? Truhe. Und vergraben die im Garten? Johoho, Piratenjoho. Das X markiert den Punkt. Du möchtest jedes Mal einen Garten umbuddeln, wenn der Hund ein Leckerli haben soll? Nö, du doch willst eine Truhe haben. Naja, so eine Truhe halt zum Hinstellen, wo man die Sachen rein tut. Gut. Ich bin gespannt, ob Panzerknacker Lexi da rankommt. Sie ist ein kleiner Bandit. Das hört ihr dann im nächsten Lexi-Update. Ich spiele jetzt aber den Jingle nicht nochmal. Ah, ich dachte, es gibt so ein Outro auch dafür. Nee, bis jetzt noch nicht. Aber kannst du es noch einmal spielen? Okay. Und das war unser heutiges Lexi-Update. Das Neueste vom Fusselhörchen. Ich war übrigens dienstlich unterwegs nochmal im Leihladen in Flensburg. Bleibe ich noch hier, ja, ne? Wenn du möchtest. Auf jeden Fall. Und das war unser heutiges Lexi-Update. Und da habe ich schon mal einen Bericht drüber gemacht. Das ist also ein studentisches Projekt aus dem Studiengang Transformationswissenschaften. Und die haben einen Laden aufgemacht. Das gibt es auch bundesweit schon. Das ist jetzt nicht wahnsinnig neu, aber das Konzept fehlte noch in Flensburg. Die nennen es eine Bibliothek für Dinge. Also da kann man eben hingehen und sagen, ich habe eine Kreissäge übrig. Die kann man dann lesen? Nee, aber ausleihen. Also du kannst hingehen und sagen, ich habe hier eine Kreissäge übrig, die brauche ich nicht so oft, die schenke ich jetzt diesem Verein. Und dann können andere Leute, die da Mitglied sind, hingehen und sich das ausleihen. Hast du gefragt, ob die einen Gartenhäcksler haben? Nee, können wir nachgucken. Ja. Wegen der ganzen Sachen im Garten? Ja. Können wir nachgucken. Aber dann müssen wir nach Flensburg fahren. Ich wollte, dass die gehäckselt werden. Ich habe das extra so formuliert. Jedenfalls fand der erste Beitrag, der vor der Eröffnung des Ladens entstanden ist, doch einigen Anklang. Und da haben sie mich also gebeten, nochmal eine Reportage vom Betrieb des Ladens zu machen. Und deswegen war ich jetzt also dann nochmal da und habe ungefähr zwei Stunden da verbracht, um mich mit Leuten zu unterhalten und zu hören, was die so ausleihen. Toll, weil die Norddeutschen sind so aufgeschlossen, die sagen, Mensch, da ist jemand vom Radio, dem erzähle ich sofort was. Ne, da war tatsächlich einer, der sehr aufgeschlossen war. Der hat nämlich eine Kreissäge da hingebracht, weil er sagte, die liegt jetzt seit 40 Jahren bei mir im Keller und die wird wahrscheinlich das nächste Mal bei meiner Beerdigung gebraucht. Was? Hat er so gesagt. Hat er so gesagt. Warum denn bei seiner Beerdigung? Weil der irgendwie 86 ist. Ja, aber wofür braucht man denn bei einer Beerdigung? Ich habe keine Ahnung, was der auch vielleicht für eine Vorstellung davon hat, wie das abläuft. Von Beerdigung. Nicht hören fragen. Jedenfalls, der war sehr aufgeschlossen, hat mir sehr gerne was erzählt, aber mehrere andere Leute halt dann auch wiederum nicht. Entschuldigung, ich bin aber noch bei der Frage, was man bei einer Beerdigung mit einer Kreissäge macht. Ich werde aber den O-Ton auf jeden Fall im Beitrag benutzen. Habe ich in deinem Podcast schon mal, apropos Beerdigung, die Anekdote von meinem Lieblingsgeburtstagsbesuch im Vikariat erzählt? Nein, los geht's. Ich habe Geburtstagsbesuch gemacht, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das gemacht haben, aber wir rufen dann immer vorher oder haben da in der Vikariatsgemeinde bei den Leuten immer vorher angerufen. Ja, wir würden Sie gern zu Ihrem Geburtstag besuchen, ist das okay, damit man nicht so oft vor verschlossenen Türen steht oder in entgeisterte Gesichter guckt. Also war ich da, zum ersten Mal alleine Besuch gemacht als Vikare, nur alles ganz aufregend und hab dann begrüßt und gesagt, herzlichen Glückwunsch, blablabla, schön, dass ich bei Ihnen sein darf heute. Und dann sagt der Geburtstagshabende Mensch. Der Geburtstagsmensch, genau. Ich weiß ja nicht, sagt man Geburtstagskind auch bei alten, also bei Eltern, also auch bei uns jetzt. In der Verrunde nicht. Das Geburtstagskind sagt dann zu mir, ja, ich habe das ja vorhin schon zu meiner Frau schon gesagt, solange sie nicht schon zum Ausmessen kommen. Wobei er die Pastorin gar nicht ausmisst, sondern das macht ja der Bestatter. Hättest du ihm noch sagen können, dass er das schon mal weiß. Wenn der Bestatter zu ihrem Geburtstag kommt, dann sollten sie sich Gedanken machen. Und wenn der dann noch eine Kreisdecke dabei hat. So, dann wissen sie direkt Bescheid. Dann hat er sich vermissen. Unabhängig davon, dieser Beitrag über den Leihladen, der ist geplant für den 30. Das, ja, ob ich den nochmal großartig verlinke, weiß ich noch nicht. Aber das wollte ich euch zumindest erzählen, denn danach war ich noch in einem dieser Flensburger Einkaufszentren und habe einen Döner gegessen bei Dönerwerk. Dönerwerk ist tatsächlich der erste mir bekannte Franchiser für Dönerläden. Hattest du die gleiche Schrift wie Backwerk? So ein bisschen, ja. Döner. Weil wir haben irgendwann mal darüber gesprochen im Podcast, dass du häufiger mal Veggie-Döner essen solltest. Ja. Aus ethischen und ökologischen Gründen. Ja, das ist korrekt. Es gibt jetzt auch in Husum einen Döner, der Wöhner anbietet, also vegetarischen oder vegan sogar. Aber die belegen den normalen Döner schon so lieblos, dass ich da fast keinen Spaß dran habe. Okay, du redest jetzt ja über die Art von Veggie-Döner, wo Fleischersatz drin ist. Genau, richtig. Also Veggie-Döner an sich gibt es natürlich immer schon mit Feta-Käse oder mit Falafel. Habe ich ja auch schon mal ausprobiert und im Unterschied zu einem Döner, der mit Dönerfleisch oder einem Ersatzprodukt belegt ist, wo ich also über den ganzen Döner hinweg eine warme und eine kalte Komponente habe, finde ich das beim Falafel-Döner ein bisschen schwierig, weil da eben die Wärme nur so punktuell ist. Ja, das stimmt. Ich bin auch immer irritiert, wenn du von Döner als warmem Gericht redest, weil das im vegetarischen ja nicht der Fall ist. Aber trotzdem, Leute, esst weniger Fleisch. Ich will nicht missionarisch sein, aber doch, eigentlich doch. Und den nächsten Döner gab es tatsächlich schon ein paar Tage später. Wow, wer hätte das gedacht? Nämlich in Neumünster im Stadtteil Wittbeck. Da war ich auf einem Pressetermin mit einer der beiden Spitzenkandidatinnen der örtlichen Grünen, nämlich mit Aminata Touré, die sich eine Idee, eine Aktion ausgedacht hat, Ayran mit Aminata. Der Gedanke ist, sie steht da mit einer Palette Ayran vorm Laden und während man auf seine Dönerbestellung wartet, kommt man über grüne Themen ins Gespräch. Also genau meine Veranstaltung. Und der Termin selber, ja, meine Güte, war halt Wahlkampf. Aber der Döner dort gilt als der beste in Neumünster und das kann ich zumindest bestätigen. Also der war wirklich lecker. Hast du schon mal woanders in Neumünster Döner gegessen? Am Hauptbahnhof. Wow. Am Hauptbahnhof, also am Bahnhof von Neumünster. Da, wo die Züge immer stehen. Erklär nochmal, was ein Bahnhof ist. Tatsächlich ist ja Neumünster das Hamm von Schleswig-Holstein, was viele nicht wussten. Hamm in Nordrhein-Westfalen ist berühmt dafür, dass da immer die Zugteilung stattfindet. Achso, ich dachte so, das wäre so hässlich und unbeliebt und voller Nazis. So viel weiß ich nicht über Hamm. In Hamm weiß ich auch nur, da ist Zugteilung. Ja, okay. Und in Neumünster ist es so, dass, also in Hamburg fährt ein Regionalexpress los und der wird in Neumünster geteilt, dann fährt die eine Hälfte nach Kiel, die andere nach Flensburg. Kurze Anmerkung zu Neumünster. Ich habe noch nicht vor lauter Prokrastination auf so einen Clickbaity-Artikel geklickt. Und das war irgendwie die, ich glaube es waren 30 hässlichsten Städte Deutschlands. Ich fing an und das war halt so ein Artikel, wo man sich dann immer, also Artikel, wo man sich dann immer so durchklicken muss, immer von einem Platz zum nächsten, weil dann ja immer die Werbung zwischendurch kommt. Und ich klickte und klickte und klickte und dachte irgendwann, das kann nicht sein, ich kann diese Liste nicht ernst nehmen, wenn Neumünster nicht dabei ist. Und da war ich schon sehr weit vorne und dachte, ey, das kann nicht sein, dass Neumünster, also irgendwo muss Neumünster da auch drin sein. Es war auf Platz 1 tatsächlich. Oh, tatsächlich, wow. Ich sollte nicht enttäuscht werden. Sehr gut. Eine letzte Sache möchte ich noch mit dir besprechen und zwar den Abschied von StudiVZ. StudiVZ macht jetzt endgültig zu. Und das ist ärgerlich, weil es gibt noch so ein paar Fotos, ich habe immer noch mal versucht, also eine Zeit lang habe ich mich noch bei StudiVZ eingeloggt häufiger. Und das dann irgendwann auch versucht und dann ging es schon nicht mehr. Es gibt Fotos, die nur noch also aufs StudiVZ existieren, aus meinem Leben. Zum Beispiel von unserem Hamster, die tollen Hamsterfotos. Die waren auf StudiVZ und auch so aus der Zeit damals, wir haben da viel gepostet und ich hätte irgendwann mal so schlau sein müssen, diese Fotos noch zu sichern. Und ja, schade. Ich hatte immer noch gehofft, dass man auch den Buschfunk nochmal reaktivieren kann, dass wieder gegrüschelt wird. Und es gab ja sogar eine Zeit lang eine Schnittstelle zwischen Buschfunk und Twitter. Ja, ich weiß. Das war auf jeden Fall mein erstes. Dein Einstieg in Twitter. Mein Einstieg in Twitter. Meine ersten Tweets kamen bei StudiVZ. Ich glaube, es war aber noch ein anderes Profil. Ich glaube, ich habe danach ein neues Twitter-Profil angelegt. Ja, also schade. Einfach schade. Die schönen Gruppen. Was waren deine Lieblingsgruppen bei StudiVZ? Meine Haare, der Wind, scheiße. Oh, eine Sarkasmusgruppe, wie nützlich. Und vielleicht noch, was du Vorglühen nennst, taue ich mir morgen schon ins Müsli. Auch nicht schlecht, ja, stimmt. Und das sind die, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich eine Gruppenliste hatte, wo ich dann als letzter Gruppe einer beigetreten bin, die hieß, meine Gruppenliste sagt mehr über meine Persönlichkeit aus als mein Profil. Damit war sie dann auch wirklich perfekt. Also ich hatte dann keinen Bedarf mehr an neuen Gruppen. Das waren so 20 oder 30, wo letztlich der Gruppentitel ja eine Aussage darüber ist. Und inhaltlich passierte da ja auch nie was, außer dass es in jeder Gruppe einen Artikel gab. Was sind eure verrücktesten Gruppen? Könnt ihr die mal verlinken, damit wir noch mehr. Ich finde tatsächlich, eine Zeit lang habe ich in diese Gruppen auch reingeguckt, um zu gucken, was da los ist, weil ich verstehen wollte, was das ist. Jedenfalls gab es jetzt kürzlich die Mail. StudiVZ, vielen Dank für das Gespräch. Wir schalten ab. Und am 31.03. ist dann Feierabend. Hat sich ausgegruschelt. Hat sich ausgegruschelt. Und damit hat sich... Ich glaube, ich weiß gleich, worin ich, wo ich meinen Twitter-Namen gleich... Wie, ich meinen Twitter-Namen gleich... Ohne, Ende. Das wird so aufregend. Ja. Wahnsinn. Das war es schon wieder vor heute. Ja, das hat sich ausgegruschelt auch bei uns. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die Aktivitäten von Horst Seehofer und Hans-Georg Maaßen von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss untersucht werden sollten. Bis das passiert oder bis eine weitere Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünschen wir... Und Lexis. Eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald. Tschüss. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.